Musik Worms im Stadtpark Mittags im Kaffee Nach dem Scheiß sind die Lampen nicht aus Weil ich sie im Dunkeln seh Hinter dem Schaufhändler an der Ecke Bleib mit dem Hinterhof Aus dem Spiegel sind Herr und Flo So wie so Ich seh viel zu rote Lippen Viel zu rote Lippen Ich seh 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 viel zu rote Lippen Viel zu rote Lippen Muss sie alle küssen Diese viel zu rote Lippen Baut der Lippen Hey! Musik Da ist ein Schiff in meinem Kopf Ich versuch ein U-Boot zu fliegen Leben bis zum Himmel Malaja Ich steigte auf dem Haus Arme kleine Kirchenmaus Zurück auf das sinkende Schiff Schon an der heilige Stelle Vor dem Figaro Auf den weißen Kippen Vor dem Wachsalon Den Plakat von irgendeinem Tod Gib mir Absolution Absolution Gib mir Absolution Bin Aí Ich seh viel zu rote Lippen Viel zu rote Lippen Ich seh viel zu rote Lippen Da기�ern Ist auch vor dem kleinen National Der 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 Dieser Der Der Let's see, I'll play ya! Musik Am Bass natürlich, nicht mit einer Gitarre zu vergleichen, Gitarre ist etwas komplizierter. Musikpädagoge Harald Wenzig, am starksten, er wird immer der lauteste Bein und ersetzt sich definitiv so. Der Bruch, Boots neben mir, der bedient ein Instrument, ohne dass ich jetzt hier nicht stehen würde. Musikpädagoge Harald Wenzig, der Boots neben mir bedient ein Instrument ohne, dass ich jetzt hier nicht stehen würde. Musikpädagoge Harald Wenzig, am liebsten Sie im Moment im Internet. Vielen Dank für so viele Jahre. Ja. 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 Ja.